Wagwan, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Julian Pennant, MMA-Profi und wir kommen heute zu einer ganz besonderen Folge. Eine Folge, wo ich ganz ehrlich auch so ein bisschen mich gesträubt habe. Mache ich's, mache ich nicht? Wenn ich's mache? Wann mache ich's? Wir machen's jetzt. Nämlich My Significant Other, meine Freundin Jill. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Gerade auch deswegen für mich ein besonderer Podcast, weil ich dich natürlich persönlich kenne. Wir sind in einer Partnerschaft seit nunmehr acht Monaten, neun Monaten. Mehr oder weniger. Genau, mehr oder weniger seit acht Monaten in einer Partnerschaft. Und für mich ist natürlich dann immer so dieses so, okay, mit dem Partner einen Podcast zusammen aufnehmen, ist dann schon etwas sehr Persönliches. Und ich bin eigentlich auch eher so der Typ, der seine persönlichen Dinge nicht so gerne preisgibt. Und ich meine jetzt nicht mit persönlichen Dingen, materiell mäßig jetzt nicht, sondern Dinge aus meinem Privatleben. Und fand dann aber, nachdem wir uns auch länger darüber unterhalten haben und ich darüber nachgedacht habe, das ist dann doch ganz spannend und interessant, auch so einen etwas noch persönlicheren Bezug zu einem Gast zu haben. Nämlich, wenn ich einfach meine Partnerin interviewee oder mit dir spreche. Und Jill, erzähl doch einfach mal ganz kurz gerne, wer du bist und was du so machst, außer dass du den krassesten Freund der Welt hast. Okay. Ja, also, was mache ich so? Ich bin Fotografin, Artdirektorin, Tänzerin, Choreografin und seit kürzestem Human Design Coach. Human Design Coach, darauf werden wir als Allerletztes kommen. Das ist nämlich genau das, was du heute machst. Wir werden jetzt mal peu à peu so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen und über die Höhen und Tiefen, die Dinge, die halt am wichtigsten, vor allem auch was so das Mentale und so weiter angeht. Denn wie du ja auch weißt und die meisten Leute, die sich jetzt alle anderen Podcasts schon angeguckt haben, geht es hier darum, dass wir Geschichten beleuchten von interessanten Menschen mit interessanten Höhen und Tiefen, die vielleicht dem einen oder anderen da draußen eine Lehre oder eine Hilfe sein können. Du bist dein Leben lang Tänzerin gewesen, professionelle Tänzerin. Fühle mich mal so ein kleines bisschen durch deine Tanzkarriere. Warum tanzen? Ich glaube, so wie viele professionelle Tänzer haben wahrscheinlich schon in den Bäuchen ihrer Mütter angefangen zu tanzen. Gefühlt. Ja, also ich habe eigentlich mich schon immer bewegt und halt eben gerne auf Musik. Und ja, meine Mutter, die hat mich dann damals angemeldet im Tanzen, als ich sieben war. War dann zwei Jahre da, musste dann aber aufhören, weil durch Umzug, durch meine Mutter konnte mich nicht mehr zum Tanzen bringen. Und dann habe ich dann sozusagen als Ersatz Musik gemacht. Und wie gesagt, also dieser Drang danach zu tanzen, der war nach wie vor immer da. Also ich habe, wie gesagt, immer in meinem Zimmer getanzt. Ich habe mich jetzt zweimal so meinen Rückzugsort und habe da mein Ding gemacht. Und irgendwann meinte ich dann aber zu meiner Mutter, Mama, bitte, ich muss tanzen, weil sonst... War das so eine Art Wunsch schon von dir, dass du gesagt hast, ich will mal professionelle Tänzerin werden? Oder war es für dich einfach erstmal so, ey, ich liebe das einfach und ich will es einfach machen? Also es ging eigentlich sehr schnell, weil ich habe dann wieder angefangen mit zwölf und das war dann wirklich so mit fünfmal die Woche Training. Also meine ganze Jugend war eigentlich nur durch das Tanzen geprägt. Also Schule war für mich so ein Ding, was ich nebenbei gemacht habe. Und ich hatte auch das Glück, also damals mit 13 war dann die erste Reise nach New York, wo ich dann natürlich schon gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist. Das heißt, also da ist dieser Traum schon entstanden von, das will ich später irgendwann mal machen. Und ich wollte eigentlich auch schon, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon mit 15, 16 von zu Hause abgehauen. Und hätte mein Ding gemacht, aber das ging natürlich nicht. Genau, also habe ich dann, wie gesagt, also damals schon sehr viele Shows, also fast jedes Wochenende. Hatte dann mit 15, war dann die erste Fernsehsendung, an der ich teilgenommen habe. Es war eine Castingshow. Popstars? Nein. Nein? Es war noch eine andere. Die war in Luxemburg damals mit 15 und genau, die hatte ich auch gewonnen. Das war mit einer anderen Person noch zusammen. Eine wichtige Frage oder eine Frage, die mir gerade so einfällt, die ich dir auch nie gestellt habe. Was kriegt man beim Tanzen, wenn man da gewinnt? Boah, das ist total unruhig. Medaillen, Pokale, so wie bei uns? Also die Form von Wettkämpfe habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Also die Castingshows, das sind ja keine in dem Sinne Wettbewerbe. Sondern du hast einfach in Gruppen und Einzelprofessionell dann schon getanzt auf bestimmten Events, wo ihr gebucht wurdet? Oder wie läuft das anfänglich als Tänzer ab? Na ja, als Jugendliche war es, würde ich jetzt nicht sagen, dass es professionell war, weil ich meine, da habe ich noch kein Geld sozusagen damit verdient. Also es ging ja dann erst später sozusagen dann los. Ich habe, wie gesagt, damals mit 18 war ich bei Popstars. Popstars, für alle, die es nicht wissen, ist so die Show gewesen, damals auf einem deutschen TV halt, mit Detlef D. Soos. Die ist auf jeden Fall für viele Leute noch ein Begriff. Und da wurden Group-Bands gecastet, aber es gab auch Popstars für Tänzer. Genau, also das war sozusagen eine Staffel, wo sie sowohl eine Sängergruppe gestalten wollten und parallel dazu halt die Tänzergruppe. Welche Sängergruppe ist dabei rausgekommen? Ich glaube, die hieß Swoom 2012. Kein Plan. Ja. Wie war das für dich, ich meine, bis 18, bei einer Show wie Popstars, ich meine, das war damals, das war ein Riesending. Ich meine, heutzutage sind diese Castingshows, glaube ich, nichts sonderlich Besonderes mehr. Bin ich sicher, ich verfolge das nicht. Aber damals, wo wir Social Media noch nicht so wirklich hatten und alles übers Fernsehen noch lief, waren diese Castingshows, ob es jetzt DSDS war oder Popstars, waren so das Nonplusultra. Das haben sich alle angeguckt. Wie war das für dich da aufzutreten, erstens vor so vielen Zuschauern und zweitens im Fernsehen erkannt zu werden? Naja, also vor vielen Leuten zu tanzen, das war jetzt nichts Neues. Also das gehört dazu, zu diesem Business, also auch so dieses, wie gesagt, so dieses Lampenfieber immer wieder zu überwinden. Für mich ist es auch so, also ich kann vor tausenden Menschen auftreten und das macht jetzt nicht groß was mit mir, aber wenn ich vor meiner Familie tanzen muss, dann... Oder vor mir. Oder vor dir, dann ist es was anderes. Sorry, was war nochmal deine Frage? Meine Frage war, wie du mit dem öffentlichen Druck klargekommen bist. Ich meine, du bist das allererste Mal in der Öffentlichkeit mit 18, im Fernsehen. Ja, also das war irgendwie, was man halt wissen muss, ich komme aus Luxemburg. Luxemburg gehört mit zu den kleinsten Ländern auf der Welt. Und ich war sozusagen ja, als ich bei Popstars war, war ich ja dann sozusagen in dieser Bubble gefangen. Also ich war ja nicht im Außen quasi. Und als ich ja dann auch mich dazu entschlossen habe, zu gehen, also ich war unter den letzten sechs Tänzerinnen am Ende. Und wusste, dass, wie gesagt, meine Chancen auch sehr gut aussahen, um in die Gruppe zu kommen. Und ich habe mich sehr bewusst dagegen entschieden, weil ich diesen Vertrag nicht unterschreiben wollte. Und weil ich auch wusste, dass meine Reise weitergeht nach Paris, nach meinem Abi. Und genau, also ich habe das dann sozusagen, es gab dann, also wie gesagt, ich habe dann die Sendung gemacht, war ja dann sozusagen in dieser Bubble, habe von außen ja gar nichts sozusagen mitbekommen. Und das wird ja erst dann später sozusagen ausgestrahlt. Und naja, als ich dann nach Luxemburg gekommen bin, war es natürlich dann schon so, ja, die Blicke in der Schule. Und also ich habe das überhaupt nicht gemocht, also dieses so erkannt werden. Aufmerksamkeit. Ja, und ich war dann auch danach natürlich irgendwann mal wieder in Deutschland. Wir hatten dann so ein Treffen unter Tänzern, die halt da mitgekommen, so ein Treffen danach. Und da war es halt dann wirklich so, dass du in den Straßen angesprochen wurdest und Autogramme und, und, und. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich will hier weg. Okay, krass. Und, ja, und wie gesagt, also klar hätten jetzt vielleicht einige gesagt so, ja, das wäre doch voll gut. Wieso bist du dann danach nicht nach Deutschland gekommen? So, du hattest schon einen Namen, die Leute kannten dich. Ähm, aber das war halt so nicht in meinen Plänen. Mein Plan war, nach Paris zu gehen und dort ein Tanzstudium zu machen. Warum Paris? Ähm, weil meine Tanzlehrerinnen auch in Paris ausgebildet waren. Und ich wusste, dass Paris ein ganz anderes Level hat als Deutschland. Und für mich war es immer so, ich wollte immer von den Besten lernen. So ist es ja auch immer, ne? Also, so sage ich das ja auch immer beim Sport und ich habe es wahrscheinlich vor dir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass, wenn du dich mit Leuten umgibst oder mit Leuten zusammen trainierst zum Beispiel oder einen Lehrer halt hast, der halt wirklich so viele Klassen über dir ist, dann gleichst du dich relativ schnell oder vielleicht auch nicht schnell, aber in einer gewissen Zeit gleichst du dich halt dem Niveau von deinen Mittrainingspartnern an und deinem Trainer an. Wenn du die ganze Zeit auf einem Level bleibst, dann wirst du vielleicht auch irgendwie ein bisschen besser, aber nicht signifikant. Und wenn du mit schlechteren arbeitest, sowieso nicht. Deswegen so diesen Aspekt kann ich definitiv nachvollziehen, dass man sich halt so die Besten sucht dafür. Und Paris ist ja gerade auch so für einen Luxemburger, viele die es nicht wissen, so Französisch ist ja auch mit unter Amtssprache da bei euch. Dass es für dich dann umso einfacher war. Genau, also es war keine Blockade für mich. Richtig. Und in Paris hast du dann diese Tanzausbildung gemacht und bist dann zur professionellen Tänzerin geworden. Richtig? Fühl mich mal durch, wie läuft so ein Leben als professionelle Tänzerin? Also ich würde sagen, also sehr ähnlich wie bei einem Sportler. Also es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Training, was dann natürlich bei, also zumindest war das halt bei mir so, oder zumindest in der Zeit war es halt noch so, dass halt ein wichtiger Aspekt natürlich von einem Tänzer ist das Aussehen. Also es wird auch sehr viel da nach Aussehen und dein Körper, wie dein Körper aussieht, ausgewählt. Das heißt immer so dieses, ja, du musst gut aussehen und du musst halt ein gewisses Bild, sag ich mal, verkörpern. Hat das nichts mit dir gemacht damals? Weil die ganze Zeit einem Schönheitsideal entsprechen zu müssen oder gut aussehen zu müssen, gut performen zu müssen und so weiter, ist ja auch schon eine ganze Menge Druck auf so einen jungen Menschen. Ja, also ich bin dann, also ich habe dann mein Studium, also drei Jahre in Paris und nach dem Studium bin ich dann weiter nach Amerika gegangen, auch wieder wegen dem Tanzen und wo ich da, also wie gesagt, ich war in New York und in LA und das ist dann wirklich so, also das, also ich glaube höher geht es dann, glaube ich, nicht mehr und als ich da in den Castings war und wo du dann so die erste Runde, das nennt man dann so Typecast, also das heißt, du wirst sozusagen schon nach deinem Aussehen rausgewählt, Ob das aktuell noch immer so ist, weiß ich nicht, aber damals war das noch so. Komplett egal, ob du jetzt die beste Tänzerin überhaupt bist, wenn du nicht in diesen Typecast passt, dann bist du raus. Also heute sind ja dann andere Faktoren zum Beispiel wichtig, dass du irgendwie viele Follower auf Instagram oder sowas. Ja, wie was deine politische Meinung ist. Genau, aber genau, damals gab es halt so dieses Typecasting und ich konnte mich irgendwie gar nicht damit identifizieren, also das war mir dann irgendwie alles zu oberflächlich und also gerade halt, wie gesagt, in dem kommerziellen Bereich und da war es dann, wie gesagt, ich bin halt nach Amerika gegangen und das war wahrscheinlich so ganz klassisch, wie bei vielen Tänzern halt so diesen amerikanischen Traum halt zu leben und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon angefangen zu fotografieren. Also ich hatte mir damals in meinem letzten Jahr in Paris meine erste Kamera gekauft, das war wirklich total aus Just for Fun, habe damals auch nur meine Freunde, Tänzerfreunde fotografiert und ja, als ich dann in Amerika war, hatte ich dann auch meine ersten Aufträge als Fotografin und habe dann natürlich eine weitere Karrierechance gesehen. Zusätzlich zum Tanzen oder war das dann irgendwann so der Punkt, dass du gesagt hast, so die Fotografie ist es jetzt und das Tanzen stelle ich erstmal ein bisschen zurück. Gab es da irgendwann diese Verschiebung für dich? Also dieser Prozess war eigentlich ganz natürlich und organisch, also es war nie so diese Sache von so, ich muss jetzt das eine aufgeben, um das andere machen zu können. Und man hat mir zum Beispiel auch so in der Uni, also ich bin ja dann, also nach Amerika bin ich ja dann nach Berlin gekommen und habe ja dann nochmal ein Kunststudium gemacht mit Fokus auf Fotografie und mir wurde dann auch immer von meinen Dozenten gesagt, so hey, du weißt schon, dass du dich irgendwann mal entscheiden musst, was du machen willst. Und ich dachte immer in meinem Kopf so, nein, eigentlich muss ich, muss ich das nicht. Also ich kann beides machen. So klar ist es natürlich hart, also beides natürlich auch auf einem gewissen Level zu machen, aber es ist auf gar keinen Fall unmöglich. Und bei mir war es halt eben auch nicht so, dass es irgendwie durch eine Verletzung, dass ich da jetzt irgendwie so die Wahl nicht mehr hatte, sondern ich hatte ja die Wahl. Also ich konnte es ja weitermachen. So klar gab es dann so Jahre, wo ich das dann, wo das halt hinten an. Wo du es hinten angestellt hast, ja. Genau, wo ich es hinten angestellt habe, aber auch das, weil wie gesagt, wo ich dann die Fotografie angefangen habe, bin ich da voll aufgeblüht und das hat mir dann wieder so viel gegeben, dass ich auch gar nicht das Gefühl hatte, so boah, da fehlt mir jetzt irgendwas. Weil du im Endeffekt ja auch irgendwas nochmal was Zweites gefunden hast, was dir auch viel Freude bereitet hat, was ja dann im Endeffekt die Fotografie und Schrägstrich Kunst, was wir unter einer Rubrik zählen können, ist, ne. Und du ja dann von der Fotografie, bevor du das halt in irgendeiner Art und Weise professionell gemacht hast, zur Kunst gekommen bist, richtig? Ist eigentlich ganz witzig, dass wir diese ganzen Gespräche alle schon privat hatten, aber natürlich nicht so tief drin, wie wir es jetzt machen. Richtig, dann bist du halt, also du hast, dann hast du ja quasi drei Sachen jongliert, richtig? Du hast Tanzen, Fotografie und Kunst. Mhm, ja. Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Es hat einfach funktioniert? Es ging einfach. Ich würde sagen, dass ich ja, ich bin ein sehr gut organisierter Mensch und ich habe schon immer, seit ich ein Kind bin, sehr viel gemacht und die Kunst war immer ein roter Faden in meinem Leben. Deshalb war das gar nicht so dieses irgendwie Abtrennen von Dingen, sondern es war so, das kann parallel zueinander existieren. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt in deinem Leben. Jetzt hast du Tanzkarriere, professionelle Tanzkarriere, Fotografie angefangen, Kunst gemacht. In der Kunst warst du auch sehr erfolgreich, hast da auch viele Dinge gemacht und dann bist du wieder zurück zur Fotografie oder hast dann hauptsächlich Fotografie gemacht beruflich, richtig? Und dann kam ein einschneidender Moment in deinem Leben, der deine Sicht auf die Dinge und deine Sicht auf dich selbst und auf die Welt wahrscheinlich für immer verändert hat. Ja. Möchtest du darüber reden? Ja. Also, das war 2020, wie wahrscheinlich wie so viele eine sehr, sehr schwierige Zeit und da bin ich, ja, da habe ich sozusagen sowohl privat als auch professionell Entscheidungen getroffen aus Angst heraus, was ich mir natürlich zu dem Moment nicht so bewusst war. Also, ich war davon überzeugt, dass das die richtigen Entscheidungen waren. Kannst du ein Beispiel nennen, was du meinst mit Angstentscheidungen? Verlustängste, Verlust einer Partnerschaft, Verlust der eigenen Existenz. Verlust der eigenen Partnerschaft, Verlust der eigenen Existenz. Bei Partnerschaft gehe ich, also ich gehe bei beiden mit, natürlich. Gerade bei Partnerschaft ist es ja so, wenn man merkt, es passt, es ist gut, es ist alles schön, aber bestimmte Dinge passen halt nicht. Möchte man ja trotzdem daran festzuhalten, weil man hat ja vielleicht auch schon viele Jahre miteinander verbracht und so weiter. Und ich weiß ja, weiß ja da auch Bescheid so. Und so einfach möchte man solche Dinge ja auch nicht aufgeben. Dennoch, ich will jetzt nicht über deine Ex-Beziehung reden, kam halt dann trotzdem dieser Punkt, wo dein Leben sich ändern musste. Genau, also ich bin dann, also das war dann quasi, also diese Entscheidungen waren auch irgendwie sehr parallel zueinander. Es war quasi ein Monat Abstand und ich bin dann einen Monat später krank geworden. Also es hat angefangen mit einer akuten Infektion, die sich dann aber sehr schnell als, ja, chronisch herausstellte. Und das war... Nicht so einfach. Chronische Krankheiten. Brauchst du eine Pause? Erzähl um sich deine Pause. Ich habe schon tausendmal erzählt, ohne zu weinen. Chronische Krankheiten, wie viele ja wissen. Chronisch bedeutet, dass es etwas ist, was nicht einfach so wieder weggeht, um was man sich kümmern muss. Inwiefern hat diese chronische Krankheit diesen Wandel in dir hervorgerufen? Oder beziehungsweise fangen wir ein bisschen vorher an, bevor der Wandel kam. Inwiefern hat diese chronische Krankheit dich dazu gebracht, dich selbst zu hinterfragen und dein Leben zu hinterfragen? Also, das Schwierige an dieser Krankheit war, dass ich, also nachdem ich gefühlt drei Monate lang jede Woche beim Arzt war, beim Spezialisten war und du gefühlt jedes Medikament, was es irgendwie gibt, schon benutzt hast und dann sagt man dir irgendwann so, wir können dir nicht mehr weiterhelfen. und dann gehst du nach Hause und dann sitzt du da und dann denkst du dir so, okay, war es jetzt. Und dann realisierst du auf einmal, was wirklich Eigenverantwortung heißt. Was auch wirklich wichtig ist im Leben, oder? Also auch Eigenverantwortung, also gesundheitlich und über den eigenen Körper, weil ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, wo Eigenverantwortung wird nicht groß geschrieben und gerade so im medizinischen Bereich, also wir wachsen in dem Glauben auf, dass wir zum Arzt gehen und dass diese Person uns irgendwie helfen kann und wir legen sozusagen unsere Gesundheit in die Hände von Ärzten. Und da habe ich sozusagen für mich verstanden, dass es mein Job ist. Es ist mein Körper und ich muss jetzt gucken, dass ich da irgendwie eine Lösung rausfinde. Und dann hat, wie gesagt, eine sehr tiefe innere Arbeit angefangen, weil ich hatte auch sehr schnell natürlich für mich auch verstanden, okay, wenn du dich jetzt nicht um deine mentale Gesundheit kümmerst, dann hast du gar nichts mehr. Weil, wenn man so schlimme Schmerzen durchmacht und wie gesagt, jeder Mensch kann, sag ich mal, 24 Stunden vielleicht schlimme Schmerzen aushalten, aber wenn du die tagtäglich über drei Monate... Macht dich das irre. Macht dich das irre. Und wenn deine mentale Gesundheit da nicht mehr mitmacht, dann hast du wirklich ein Problem. Und deshalb wusste ich für mich, okay, wenn du jetzt an irgendwas hier arbeiten musst, dann ist es deine mentale Gesundheit. Und dann ist Human Design in mein Leben gekommen. Dazu will ich aber noch nicht kommen. Ist ein bisschen zu früh. Wenn du sagst innere Arbeit und mentale Arbeit, wovon sprichst du da genau? Bestimmte Bücher, die du gelesen hast, bestimmte Techniken, die du dir angelernt hast oder bestimmte Coaches, die du vielleicht aufgesucht hast, um dein Mindstate zumindest geradlinig zu bekommen. Weil wie du gerade eben schon gesagt hast, wenn man so lange Schmerzen hat oder so lange halt sein normales Leben einfach nicht mehr weiterführen kann, dann kann einen das verrückt machen. Und es ist sehr schwierig in diesem, wie du hast es letztens in dem Podcast gesagt, aus diesem Strudel der Negativität halt wieder auszureißen. Ja. Was sind die Dinge, die du effektiv unternommen hast, um da nicht runter zu strudeln? Der Weg zum Therapeut. Also ich habe eine Therapie angefangen. Muss aber natürlich dazu sagen, dass Human Design schon präsent in meinem Leben war und dass das sehr parallel zueinander lief. Also ich hatte tatsächlich mein erstes Human Design Coaching hatte ich dann quasi eine Woche, nachdem ich meine erste Therapie Session hatte. Also die erste Session, die du wahrgenommen hast. Genau. Also wo du bei jemandem quasi Human Design gelernt hast. Kommen wir sofort zu. Vorher hast du allerdings aber auch eine Lösung, beziehungsweise durch Eigenrecherche. Du hast ja gerade eben auch vor allem auch gesagt, du bist irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, Eigenverantwortung, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern, weil in der Regel, ich auch, gehe zum Arzt, der sagt mir, was ich habe, gibt mir das und das Medikament, dann nehme ich das, eine Woche später geht es mir Bombe, einen Monat später geht es mir Bombe, vielleicht muss ich eine OP machen, Knie kaputt, was auch immer, ich mache eine OP, ein paar Monate später bin ich wieder fit. Wenn ich jetzt aber zu 5, 6, 10 Ärzten gehe und jeder Einzelne mir sagt, ist nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann kommst du ja an diesen Punkt der Verzweiflung, worüber wir gerade geredet haben, wo du einfach nicht mehr weiter weißt, ey, mir kann jetzt nicht mal mehr ein Arzt helfen. Ja. Das bedeutet, du bist in Eigenregie gegangen und ich finde das nochmal ganz wichtig, auch für die Leute da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, so, was bedeutet für dich Eigenregie übernehmen, was hast du effektiv getan, um eine Lösung für dein Problem zu finden? Ähm, also, ich kann das nur, also jedem da draußen, der krank ist, kann ich sagen, dass es das größte Geschenk ist, auch wenn es sehr schwierig ist, das zu hören. Ähm, also wie gesagt, das, ähm, sorry, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also, ich denke, es ist immer ganz wichtig zu verstehen, wieso einem das passiert. Und ich glaube, ich bin auch sofort auf diesen Weg gegangen, also, dass ich dieses Ganze versucht habe, von allen Seiten zu beleuchten, also auf physischer Ebene, emotionaler Ebene, mentaler Ebene und auch spiritueller Ebene. Und, ähm, genau, es hat halt damit angefangen, dass ich natürlich erst mal wie eine bekloppte Recherche betrieben habe, online. Und, äh, wie gesagt, alle Pisten, die man sich irgendwie, ähm, vorstellen kann, ähm, habe ich irgendwie versucht, bin ich gegangen und habe dann irgendwann durch eine Facebook-Gruppe, bin ich dann, ähm, auf die Namen von Ärzten gekommen. Ähm, also, es gibt, wie gesagt, weltweit drei Spezialisten. Einen in Australien, einen in London und einen in Amerika. Und, äh, ich habe dann jemanden in London gefunden, der mir weiterhelfen konnte. Und, ähm, die auch nach wie vor halt weiterhilft, richtig? Ähm, ähm, nun, bist du, oder bist nach wie vor auf diesem Weg der Heilung, das weiß ich auch, ne, ähm, gerade als dein Partner und, äh, unterstütze ich dich ja, ähm, soweit ich es kann. Ja. Ich habe mich zwar bis jetzt noch nicht geschafft, nach London zu begleiten, ich verspreche dir, aber ich mache das noch. Ähm, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, Human Design kam in dein Leben. Ja. Ähm, vielleicht, bevor wir an den Punkt kommen, wie und wann und warum Human Design, vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, pragmatisch, was, was ist das überhaupt, Human Design? Also, Human Design ist, ähm, für mich das stärkste Tool, das es gibt, zur Selbstentdeckung und Potenzialentfaltung. Es sagt dir, wie du am besten energetisch funktionierst, wie du persönlich tickst auf bewusstener Ebene, unbewusstener Ebene, was deine Gaben sind, was deine Schatten sind, was ist deine Lebensaufgabe, was ist dein Lebenssinn, was ist deine beste Umgebung, also, es sagt dir einfach, ähm, sehr, sehr viel über dich selber und das basiert auf vier großen Systemen, also, einmal das Kavala, die Chakra-Zentren, das I Ching und die Astrologie. Und, äh, da es auf vier Systemen aufgebaut ist, ähm, ist es ein sehr, sehr, sehr komplexes Tool und ich glaube, deshalb ist es auch so kraftvoll. Eine Sache noch vorweg, weil du gerade die vier Systeme gesagt hast, oder genannt hast, die das Human Design ausmachen und ich natürlich mittlerweile auch weiß, wie komplex und wie real das Ganze auch ist, so, ne, ähm, ich meine, ich selber hab's mit eigenen Augen gesehen, wie zwei meiner skeptischsten Freunde, ja, vor dir saßen, die an nichts glauben, was sowas angeht, ne, gerade wenn man so Astrologie hat, dann ist man immer so, Sternzeichen und so weiter, bla, lass mich damit bloß in Ruhe, so, ne, also, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, als sie mich nach meinem Geburtsdatum und mein Sternzeichen gefragt hat, war ich so, pff, oh no, Alter. Aber, so lacht sie wieder, geil. Ähm, und wie gesagt, ich hab diese, die zwei meiner skeptischsten Freunde, ja, den, den kannst du nicht mal einen Snickers verkaufen, ohne, ohne da hinterfragt zu werden, beide mit Kinnlade offen vor dir gesessen und waren, what the fuck, woher weißt du das? Ähm, was, 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 was kannst du, was kannst du dazu sagen, zu einem Skeptiker, sag ich mal, ohne jetzt ein Human Design mit mir zu machen, dass die Leute sehen, so, ah, okay, so und so ist das, sondern einfach dieses, dieses, dieses Bild, was die Leute manchmal davon haben, so, ah, okay, Astrologie und sowas, ist ja nur ein Element, das Human Design, so, ne, ähm, einfach, Kopf aufmachen und, nicht alles ablehnen, was so neu ist auf der Welt, oder, was denkst du? Ja, also, ähm, ich diskutiere jetzt nicht so gerne mit Skeptikern, ähm, weil oftmals ist es ja dann auch so, dass da eine ganz andere Bewusstseinsebene ist, und es ist schwierig, sich mit Menschen zu unterhalten, wo die Bewusstseinsebene einfach sehr unterschiedlich sind, und, ähm, ja, meine Feng Shui-Coachin hat mal gesagt, ähm, Energie existiert, ob du daran glauben möchtest oder nicht, und, ähm, also, wie gesagt, jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit, ähm, Quantenphysik auseinander schon mal gesetzt hat, der weiß auf jeden Fall, ähm, ja, dass es eben dieses energetische Feld gibt, was, was existiert, und was du aber nicht sehen kannst, und es nicht greifen kannst, ja, und nicht alles, was, und, und davon abgesehen, ähm, also wie gesagt, wir im Human Design sprechen ja ganz viel über die Aura, und das ist ja sozusagen das, ähm, magnetische Feld, was um uns herum ist, und das ist etwas, was schon wissenschaftlich bewiesen wurde. Wollte ich gerade sagen, es ist alles wissenschaftlich bewiesen, und vor allem, was mir dazu immer, immer einfällt, ähm, wenn wir über so Sachen reden, wie Astrologie, Planeten, Aura, ja, ähm, und die Leute dann halt kommen und sagen, ja, ist doch Quatsch, ist doch Hamburg, ist doch, was, was auch immer, also jetzt nicht über Human Design, sondern allgemein über alles, was halt solche Sachen angeht, ne, und dann denke ich mir immer so, Digga, wir sind von Milliarden von Kilometern von nichts umgeben, mit Planeten, die aus Gas bestehen, und, äh, Erdanziehungskraft, und Flugzeuge hier bei uns, und UFOs, und was es nicht alles gibt, und du willst mir sagen, dass es normal ist, dass bestimmte Sachen sind, und manche Sachen halt nicht, und das ist halt immer so ein Paradox, was ich immer finde, wo dann Leute sagen, so, ja, ist doch, ist doch komplett geil, äh, komplett Irrsinn, und sonst irgendwas, so, Leute, wir leben selber in so einem Art Science Fiction Film, wenn man sich das eigentlich mal von außen betrachtet, ja, ne, genug rumgealbert, ähm, du kamst zum Human Design, wie kamst du dazu? Also, du sagst ja immer ganz gerne zu mir, das Human Design hat dich gefunden, nicht andersrum, ja, was meinst du damit? Ähm, naja, das war an einem Abend, das war so eine Mädelsrunde, und, ähm, da hat eine Bekannte von mir, die hat dann, wie gesagt, random, also nicht random, aber, es war, wie gesagt, es war ja kein Zufall, also, sie hat dann, äh, angefangen, davon zu reden, und, ähm, meinte dann auch gleich, okay, ähm, kannst du mir deine Daten geben, ähm, hat das dann eingegeben, und hat dann da angefangen, Dinge über mich zu sagen, ich war wirklich, ähm, hast du, darf ich ganz kurz ein, 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 einbrechen? Als sie angefangen hat, dir davon zu erzählen, warst du direkt hellhörig, oder warst du so, warst von Anfang an gehuckt? Ich war, ich war von Anfang an gehuckt, von der ersten Sekunde an, weil ich mir dachte so, alter, krass. Was war, das hab ich dir tatsächlich nie gefragt, was war die erste Information, die sie dir über dich gegeben hat, die dich machen lassen hat? Ja, ähm, sie hat mir gesagt, also, kurz, ähm, das erste, was man wahrscheinlich über sein Human Design lernt, ist der Energietyp, wo man hat, und, äh, da bin ich ein manifestierender Generator, und, äh, was den manifestierenden Generator auszeichnet, ist, dass es ein Energietyp ist, der nicht nur sozusagen die Ideen und die Konzepte hat, sondern dass er auch die Energie hat, diese alleine umzusetzen, also, es ist nicht unbedingt jemand, der, ähm, andere Menschen braucht, um das umzusetzen, und es ist vor allem jemand, der tausend Passionen hat, und tausend Dinge macht, und das genau richtig ist, und das war, glaube ich, so mein allererster, aha-Moment, ähm, ähm, und musste dann auch, wie gesagt, gleich, ähm, ja, an meinen Dozenten zurückdenken, der mir halt, äh, oder, oder auch an, oder an Tanz, ähm, Lehrer von früher, die auch irgendwie versucht haben, mich da so in eine Schublade reinzudrücken, also ich war ja, als Tänzerin war ich ja auch sehr vielseitig, also ich hab ja nicht nur einen Tanzstil gemacht, sondern sehr viele, ähm, und, äh, ja, musste dann halt daran zurückdenken, dass ich mir dachte so, ja, es gab immer die Leute, die dir gesagt haben, so, du musst dich entscheiden, du musst diese eine Sache machen, und das war immer so eine, eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, nein, du bist nicht, du bist nicht nur dieses eine, so, du bist mehr, so, und wieso soll ich mich einschränken, oder wieso soll ich nur diese eine Sache sein sollen, oder dürfen, also machen können. Das ist halt dieses Kastendenken, oder dieses Kastenprinzip, so, dass wir alle im gleichen System, alle mit dem gleichen Lehrbuch, alle mit dem gleichen Stoff beballert werden, und wir alle sollen genauso leisten, wie die anderen, so, ne, also wir sind ja an einem ständigen, vergleich, wenn wir in die Schule gehen, ey, warum bist du nicht so gut wie Tom in der Schule, ey, der und der schreibt die ganze Zeit eins, und weil der die ganze Zeit lernt, weil er dies und das und jenes macht, und so weiter, und wir sind alle, aber alle verschieden, so, ne, ich hab's schon immer gehasst zu lernen, ja, und ich kannte aber schon immer Leute, die's geliebt haben zu lernen, wieso, lern doch einfach, ist doch ganz einfach, für mich war's das schwierigste der Welt, was ja auch so eine manifestierende Generatorsache ist, ne, ähm, Energietypen, du hast von Energietypen gesprochen, du selber bist ein MG, manifestierender Generator, ja, wie viele Energietypen gibt es, und, du gibst immer so eine ganz interessante Analogie, darüber, was die Energietypen aussagen, und vielleicht möchtest du das ganz kurz mal erzählen, dass die Leute so ein kleines bisschen mehr verstehen, was das eigentlich ist, was du da meinst, ähm, ähm, also es gibt fünf Energietypen, ähm, einmal der Generator, der Generator, das ist, äh, quasi, er war, also der Generator war vor dem manifestierenden Generator da, das heißt, also ganz früher sozusagen, ähm, gab's nur Manifestoren und Generatoren, also die Manifestoren war sozusagen die, ja, die, die, die Könige, also die sozusagen das Sagen hatten und sozusagen dem Volk gesagt haben, was sie zu tun haben, und die Generatoren war die, die halt ausgeführt haben, das ausgeführt haben, ähm, genau, das heißt, äh, die Generatoren, also, und die manifestierenden Generatoren, das sind wirklich die, die von der Energie getrieben sind, die auch immer mehr oder weniger Energie haben, vorausgesetzt, sie machen das, was sie lieben, weil wenn nicht, dann hat niemand Energie, ja, ähm, und sind halt so die, die Macher, ja, also die erschaffen halt sehr viele Dinge, so, und der Manifestor zum Beispiel, das ist jemand, der, der initiiert, das ist jemand, der sozusagen dir sagt, so, hey, ich hab die und die Idee, setz die bitte um, und er braucht dich auch dafür, dass du die umsetzt, weil er selber, nämlich die Energie nicht hat, so, ähm, der Projektor, das ist, ähm, neuerer Energietyp, ähm, das ist auch jemand, der, ähm, andere Menschen braucht, um, also Projekte umzusetzen, und, äh, er ist sehr gut darin, ähm, die Energien von anderen Menschen zu leiten. Und dann gibt's den Reflektor, und der Reflektor ist jemand, der die Energien von anderen Menschen spiegelt. und, ähm, also sowas wie ein Betrüger. Nein, nein, nicht wie ein Betrüger. Und was man vielleicht noch so sagen kann, also, wir, wir leben in einer Welt von überwiegend Generatoren und, äh, äh, manifestierenden Generatoren, ähm, das heißt, ähm, alle Energietypen, die da nicht drunter fallen, ähm, haben es vielleicht ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Warum? Ähm, auf dieser Welt, weil sie halt energetisch ganz anders funktionieren und weil wir aber quasi in einer Generatoren-dominierten Welt leben und sie, also die anderen Energietypen eigentlich energetisch da ja gar nicht, ähm, mithalten können, so. und, ähm, wie gesagt, also, Human Design nennt man im Englischen auch the science of differentiation und da geht halt wirklich darum, um halt zu gucken, was macht dich aus und was macht mich aus und es geht halt wirklich darum, zu verstehen, also wie unterschiedlich wir am Ende des Tages wirklich sind, ja, und, ähm, ich hab mich schon, auch schon davor, also mit Spiritualität, auseinandergesetzt, mit Psychologie, ähm, so, ich hab auch schon vor über zehn Jahren mir nur Tony Robbins, äh, YouTube-Videos angeschaut, ja. Motivation. So, aber, ähm, das Ding ist, ich glaube, womit ich mich immer schwer getan habe, war halt so dieses, ähm, one type fits all Ratschlag, so, und das ist halt eben, das funktioniert nicht, so, und wenn du dich halt mit Human Design auseinandersetzt, verstehst du halt eben auch, wieso das nicht funktioniert. dass es nicht funktioniert, dann kriegst du auch so einen Reality Check, wir haben ja jetzt letztens, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, so, ich bin, ähm, gerade was so spirituelle Dinge angeht, so, außer Meditation jetzt vielleicht, und so weiter, bin ich eigentlich immer so, eher der Skeptiker gewesen, ähm, kommt natürlich auch, kommt natürlich auch daher, wo ich und wie ich aufgewachsen bin, ähm, dass wir auf solche Sachen halt nicht immer, nicht sonderlich viele Dinge gegeben haben, ähm, und es natürlich auch immer ein Red Flag war, wenn eine Frau dich gefragt hat, wann du geboren wurdest, und das war auch das erste, was ich zu dir gesagt habe, aber, ähm, ich bin selber an einem Punkt in meinem Leben, ich würde gern sagen, gewesen, oder bin an einem Punkt in meinem Leben, wo, keine Krankheit, aber eine Verletzung mich aus dem Sport rausgeknallt hat, so, ähm, beziehungsweise, ist ja eine Lüge, ähm, es waren meine Depressionen plus die Verletzung, also die Verletzung war, die Depression ist schon immer am Start so, und das ist Hand in Hand gegangen, und, ähm, hat mich an einen Punkt gebracht, wo, ja, das ist ungefähr so die Anfangszeit gewesen, wo wir uns getroffen haben, und ich zum ersten Mal im Leben an einem Punkt stand, wo ich nicht wusste, Julian Pennant, wer bin ich eigentlich, so, ne, weil ich bin die letzten zehn Jahre, bin ich Profi MMA Fighter gewesen, und das ist auch das, womit ich mich identifiziert hatte, ich hatte einen Talk davor, mit Alex West, da hatten wir auch genau darüber gesprochen, dass, ähm, der Sport unsere Identität ist, ja, das ist das, was wir ausleben, das ist das, wie uns andere Leute sehen, das ist das, wie wir gesehen wollen werden, so, ne, und, ähm, bei anderen Athleten ist es nochmal ein bisschen was anderes, als bei MMA Athleten, weil, wir wollen alle die Krassesten sein, ja, so, das ist, da ist keiner, der das irgendwie anders will, so, wir wollen alle die Krassesten und alle die Besten sein, und wenn du dann halt aber durch eine mentale Barriere, oder durch eine körperliche Barriere, daran gehindert wirst, dann musst du dich zwangsläufig hinterfragen, ja, was mache ich jetzt eigentlich, ne, und ich bin in einer Situation gewesen, wo, ähm, ja, der Weg für mich aussichtslos eigentlich schien, weil, mein Traum vor meinen Augen gerade am zerplatzen war, und ich halt nicht wusste, was ich sonst machen soll, und, ähm, dann kamst du halt um die Ecke und, äh, warst dann so, ja, und bla, und, du bist manifestierender Generator, und, ähm, du bist eigentlich sehr viele Dinge, und, in dem Prozess der letzten acht, neun Monate, ähm, in dem wir halt auch viel über das Human Design gesprochen haben, und wir jetzt auch selber das Reading zusammen gemacht haben, sind mir einige Dinge definitiv klar geworden, nämlich, ich bin mehr als nur ein MMA-Fighter, ähm, und es ist eigentlich so ein, es ist paradox für mich eigentlich so, ne, weil, ich wollte eigentlich nie was anderes sein, und war bis zu diesem Punkt, wo die Verletzung kam und so weiter, auch nie an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, hey, ich muss irgendwann was anderes sein, ich hab mir darüber gar keine Gedanken gemacht, ich hab keine Gedanken mir darüber gemacht, dass mein Körper vielleicht irgendwann nicht mehr mitmacht, und ich vielleicht kein Geld mehr damit verdiene, oder, dass ich vielleicht meine Träume gar nicht erreichen kann, ähm, bei meinen fastierenden Generators ist es halt aber so, ne, dass wir viele Talente haben, viele Dinge ausprobieren müssen, es ist auch normal, dass wir viele Dinge anfangen und nicht beenden, auch ein Ding, was mich immer sehr fertig gemacht hat, ich hab immer Sachen angefangen und konnte die nie beenden, ich hab schon mal einen Podcast angefangen vor zwei Jahren, hab ihn nicht beendet, war nicht 100% meine Schuld, aber, äh, 50-50, und, ähm, ja, da hat mir das definitiv auch in einem gewissen Punkt die Augen geöffnet, nämlich, offen zu sein für neue Dinge, wir sind so festgefahren in, in, in allem, was wir glauben, was uns beigebracht wird, was uns gesagt wird, wie bestimmte Dinge sein sollen, dass wir diese neuen Dinge, die teilweise auch wissenschaftlich erwiesen sind, ist doch Quatsch, ist doch Bullshit. Naja, ich meine, das Ding ist ja auch, also, die Identität und das, was du als dein Ich siehst, ist ja ein Konstrukt von dir selber. Was meinst du damit? Dass das, was du als, ähm, wenn du dich jetzt selber beschreibst und du gibst dir halt den ganzen Kindern einen Namen, sag ich mal, in dem du sagst, ich bin Julian und ich bin so und so alt und, äh, ich komme von da und da und ich bin MMA-Fighter, so, das sind dann so die ganzen Labels, die du dir selber gibst, mit denen du dich identifizierst und das ist ja das Konstrukt dann deiner Identität und ich glaube, wenn du sehr tief sozusagen dich mit deinem Geist verbindest, was ja am Ende des Tages nichts anderes ist, als spirituell zu sein, dann verstehst du, dass das ja eigentlich, ich will nicht sagen, keine Wertigkeit hat, aber so, ich finde, also zumindest war das für mich immer so, also mir hat das immer mehr geholfen, mich von diesen Labels sozusagen zu distanzieren und mich nicht irgendwie mit irgendwelchen Labels quasi zu identifizieren, fühle ich und ist tatsächlich auch eine Thematik, die mich persönlich natürlich auch sehr lange schon beschäftigt, das weißt du, ich bin jetzt auch gerade mit dem Podcast und mit dem Schultraining und den ganzen anderen Sachen, die ich gerade mache, zum ersten Mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich auch fühle, dass ich was anderes sein kann, ich merke auch, dass ich viele Dinge eigentlich nur für andere gemacht habe und für andere gemacht meine ich eigentlich nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, für Leute Essen gebracht habe oder sonst was, sondern ich meine, ich wollte eigentlich auch der MMA-Fighter sein, weil die Leute mich so gesehen haben, die Leute mich so respektiert haben und ich das Gefühl hatte, immer noch aus meiner Kindheit, dass Respekt ist das Gut, was ich mir hart erkämpft habe und ich muss das behalten, koste es, was es wolle. Das ist übrigens auch so eine Konditionierung, die viele Menschen haben, dass Respekt etwas ist, was man sich erarbeiten muss. Was ist es stattdessen? Respekt ist einfach etwas, was man gibt. Also ich glaube, dass dieses Respekt sich erarbeiten, das ist wie gesagt, das ist eine Konditionierung, das ist ein Konstrukt wieder von unserer Gesellschaft, weil ich glaube, wenn zwei Kinder irgendwie im Sandkasten miteinander spielen, so dann, also das Gleiche ja auch wie, ich sage jetzt mal, Rassismus ist das gleiche Thema, das ist etwas, das erlernst du sozusagen. Richtig. Also wieso sollst du nicht, wieso sollst du einem anderen Menschen keinen Respekt geben? Also. Weil du ein schlechter Mensch bist vielleicht. Kann ja alles sein. Du hast gesagt, es gibt fünf Energietypen, waren das richtig? Genau. Fünf Energietypen. Eine sehr interessante Frage für mich. Gib mir mal Beispiele für Personen als Energietypen. Was sind so die vielleicht bekanntesten Beispiele, wo du sagen kannst, okay, der und der ist das und das und das macht dieser Persönlichkeitstyp oder das macht dieser Energietyp halt aus bei ihm? Also bestes Beispiel für einen manifestierenden Generator ist Elon Musk. Warum? Weil der einfach ganz viele Businesses schon gegründet hat und total unterschiedliche Businesses. Also. Und das auch selber ausführen kann? Also ich meine natürlich, wenn du irgendwann ein großes Unternehmen aufbaust, brauchst du natürlich Mitarbeiter. Also so kann so eine Mitarbeiter geht es dann natürlich auch nicht, aber du kannst also du kannst sehr viel sozusagen aus deinem eigenen ja Energieschaffen heraus machen. Quasi. Und genau. Dann noch viel interessanter finde ich aber unsere unsere Politiker. Die beiden. Die beiden? Aktiver und Ex-Politiker. Die beide den gleichen Energietypen haben. Ja, also zwei Manifestoren, die jeder kennt, das ist einmal Putin und Hitler. Die haben tatsächlich ein erstaunlich, also schon fast erschreckendes, ähnliches Design, was selten ist, also dass man überhaupt ein ähnliches Human Design hat, weil da einfach so viele Komponenten reinspielen und ja. Dann Generator, das ist zum Beispiel Oprah Winfrey. Was macht das bei ihr aus? Dass sie einfach auch sehr viel schaffen kann. Das ist ein Powerhouse von Energie, also ich meine, das sieht man ja auch bei der Frau. Definitiv. Genau. Bekannter Projektor ist zum Beispiel Obama oder Osho, den kennt vielleicht jetzt nicht so viele. Nee, aber Obama und ich hätte jetzt noch gerade fast einen Spruch gebracht, das mache ich aber nicht. Einen bekannten Reflektor kenne ich tatsächlich nicht, also ich kenne, also doch, ich kenne einen, aber werden wahrscheinlich hier auch nicht viele Leute kennen, das heißt, der heißt Danny Morrell. Der hat einen Podcast auch und der hat sogar zwei Human Design CoachInnen, da hat er sich auch schon mal in seinen Podcast eingeladen, der hat auch einen sehr erfolgreichen Podcast, kann sich auch jeder mal anhören, wenn er noch ein bisschen mehr über Human Design erfahren möchte. Dennoch, wir haben ja auch das Thema Konditionierung gehabt. Konditionierung ist ja das, was wir in der Schule lernen, von unseren Freunden lernen, von unseren Eltern lernen. Unsere Eltern sagen uns zum Beispiel, hey, ist keine Schokolade, das ist ungesund für dich, ist jetzt einfachste, einfachste Beispiel, ist eine Konditionierung. Also ja, wir glauben, dass unseren Eltern, dass es so ist, ja, mach das und das nicht, ist eine Konditionierung. Sondern am Ende des Tages sind wir dann in einer Gesellschaft, wo wir uns an Gesetze halten, wo wir an bestimmte Dinge glauben, bestimmte Dinge machen, weil wir dahin konditioniert sind. Was sagt also Human Design über eine Person aus, die konditioniert ist und gar nicht weiß, wie es da drin aussieht? Genau, also das Human, wenn du das Human Design eines Menschen dir anschaust, dann ist es sozusagen immer, okay, das ist sein höchstes Potenzial. Das heißt aber absolut überhaupt nicht, dass er dieses Potenzial lebt. Und der Grund, wieso er dieses Potenzial nicht zu 100 Prozent lebt, ist, weil er konditioniert ist. Und deshalb ist Dekonditionierung ein großer Teil von der Human Design Reise. Also man muss sich das so vorstellen, dass dein Human Design ist sozusagen deine DNA, mit der du geboren wirst. Ja, deine DNA, die ist unveränderbar. so und an die DNA ist sozusagen, haftet sozusagen deine Epigenetik und die Epigenetik wiederum, die ist veränderbar und die ist veränderbar, das hängt wie gesagt von deinen Konditionierungen ab und das hängt auch natürlich von deinem Lebensstil ab und demnach wie und wie gesagt, die Epigenetik ist veränderbar und die wiederum wirkt sich dann entweder positiv oder negativ auf deine DNA aus. Ja, das ist ja auch zum Beispiel, also jeder hat ja auch so, wie gesagt, ein Erbgut und wieso bei dem einen oder anderen eine Krankheit sozusagen ausgelöst wird, hat halt meistens sehr stark eben mit deinem Lebensstil zu tun. Man muss sich das so vorstellen, dass man wird von klein auf konditioniert. Es fängt an bei Erziehung der Eltern die ja leider heutzutage bei sehr vielen zu kurz kommt, weil die Kinder werden gefühlt mehr in Schulen erzogen als bei den Eltern. Genau, die Konditionierung entsteht dann natürlich auch im schulischen Rahmen und wie wir alle wissen, geht das ziemlich lange und da kann einiges passieren, dass man wie gesagt in Muster, in Ideen da hereinwächst, die eigentlich sage ich mal gar nicht zu dir passen oder auch gar nicht dir dabei helfen sozusagen, dass du dein Potenzial leben kannst. Man muss sich das so vorstellen, das heißt, deine Konditionierung ist immer so, wenn man jetzt in Metapher spricht, als würdest du immer quasi eine Jacke und einen Pulli und du ziehst immer dein ganzes Leben so ziehst du so immer was an ja und irgendwann bist du dann erwachsen und dann hast du ja dieses ganze Konstrukt, sage ich jetzt mal von deiner Identität das steht und meistens ist es halt eben ganz oft so, dass es ein einschlagender Moment gibt in dem Leben eines Menschen, wo er dann erst mal anfängt, sich dann Fragen zu stellen und anfängt, sich mit sich selber wirklich auseinander zu setzen. Also ich sage jetzt mal, bei keinem ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber bei denen, wo es mehr oder weniger so ist, also die setzen sich nicht so viel, also mit gewissen Dingen auseinander. Deshalb sage ich auch immer, also Schicksalsschläge sind eigentlich die größten Geschenke, weil ohne die würde man sonst gar nicht dorthin kommen und im Human Design geht es halt eben darum, zu gucken, okay, wann hast du dir diesen Mantel da angezogen, weil der passt ja gar nicht zu dir und auch zu verstehen, dass das eine Konditionierung ist, die du vielleicht, keine Ahnung, bei den Eltern, bei einer Freundin, bei einem Lehrer, irgendwo hast du das aufgepickt und hast es für dich als eine Wahrheit angenommen und lebst dann weiter mit dieser Wahrheit, bis du dann ja, irgendwann checkst, okay, das ist nicht meine Jacke, ich kann die ausziehen. Wird das zwangsläufig jedem Menschen irgendwann klar, dass er nicht in seinem optimalen Design oder in seinem richtigen Lebensstil lebt, weil ich stelle mir das jetzt halt so vor, du hast jetzt diese Energietypen und manifestierender Generator, viele Ideen, fängt viele Sachen an, kann viele Sachen gleichzeitig machen, ich entscheide mich aber dazu, einen sicheren 9-to-5-Job zu machen, meine 2.500 Netto-Monat zu verdienen, in meine Wohnung zu ziehen und ein Auto zu lesen und bin fein damit, dass mein Leben sicher ist. Woran soll ich also merken, dass ich nicht in meiner richtigen und echten Essenz lebe? Also im Human Design hat jeder Energietyp sozusagen ein Zeichen, was sozusagen ein oder ein Gefühl, was er fühlen muss und das sagt dann sozusagen, dass er sein Design lebt und dann gibt es auch die Nicht-Selbst sozusagen Anzeichen, was dann wiederum heißt, dass du dein Design eben nicht lebst. Und das sind dann so Gefühle wie Zufriedenheit erfolgreich sein oder Frieden. Und dann muss man halt natürlich immer gucken, okay, welcher Energietyp ist man jetzt, um halt das so raus zu kristallisieren. Weil also wie gesagt, für sehr viele Menschen ist es Erfolg, aber Erfolg ist es eigentlich nur für Projektoren und das ist ein kleiner Prozentsatz auf dieser Welt. Ganz oft. Also eigentlich für die meisten ist es eigentlich Zufriedenheit. Das ist tatsächlich ja so. Also fast jeder, mit dem ich mich bis jetzt unterhalten habe, inklusive mir es gab mal die Momente, in denen ich für meine Verhältnisse echt gutes Geld verdient habe und mir ging es trotzdem scheiße. Mir ging es wahrscheinlich sogar beschissener als wo ich mit minus 4000 auf dem Konto rumgelaufen bin. Und andere Leute kenne ich genauso. Sie abrutscht quasi. Also kann Human Design dich davor schützen abzurutschen und die falschen Wege zu gehen? Ja, also ein weiterer wichtiger Aspekt vom Human Design ist, das nennen wir die Autorität und vielleicht würde ich kurz, also ich möchte kurz was zu dem Wort Autorität sagen, weil wir wachsen ja auch wieder in einer Gesellschaft auf, wo Autorität bedeutet, dass ich autoritär gegenüber dir bin. Ja, oder dass halt Autorität etwas ist, was im Außen ist, ja, aber also nicht etwas, was sozusagen in dir drin ist und im Human Design lernen wir eben, dass jeder eine eigene Autorität hat und da gibt es auch wie gesagt unterschiedliche Autoritäten und die Autorität ist sozusagen soll dir sagen, wie du am besten Entscheidungen in deinem Leben treffen sollst und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das dir einfach, also natürlich ist es nicht etwas so, du hörst das und dann hast du es sofort verstanden, ja, also weil das ist natürlich etwas, was man auf körperlicher Ebene spürt, also im Human Design, also wir glauben auch nicht an, dass du irgendwie eine Entscheidung treffen kannst aus der Logik heraus, also sowas gibt es nicht, also Entscheidungen werden immer entweder von den Emotionen, vom Bauchgefühl, von der Intuition, also was halt wie gesagt mit dem Körper zu tun hat und wie gesagt, das ist schon mal ein erster Schritt zu verstehen, wie kann ich in meinem Leben die besten Entscheidungen für mich treffen, sodass ich sozusagen mit mir selber im Reinen bin und auch in meiner Mitte bleibe und ein weiterer Punkt ist halt natürlich zu gucken, wo sind potenzielle Schwächen, wo sind deine Schatten und wo an welchen Orten hast du eine große Projektionsfläche weil da wo du eine große Projektionsfläche hast, ist ein sehr großes Risiko für Konditionierung und wenn du und wie gesagt es geht halt darum diese Dinge erstmal zu verstehen und sich darauf einzulassen genau und dann erst sage ich mal in einem zweiten Akt geht es dann also dieser ganze Dekonditionierungsprozess geht es natürlich darum dass halt dieses ganze Wissen ja zu integrieren und das geht dann halt nur dadurch dass du ja dann in deinem Daily Life sozusagen in diese Situation kommst und dann in dem Moment sozusagen einen Schritt zurück gehst und dann so bist Moment wo du vielleicht davor dann in deinem alten sag ich mal Muster warst wo du dann direkt gesagt hättest ja mach ich oder nein oder weißt du so also das Human Design quasi wie so eine Blaupause die du über dein Leben legen kannst und gucken kannst so okay was sind meine persönlichen Möglichkeiten die ich eigentlich im Leben noch habe die ich jetzt noch gar nicht sehe also es quasi es könnte so ein Stein sein der ans Rollen kommt deine Persönlichkeit komplett zu verändern und zu verbessern oder weil es ist ja ein Verbesserungstool es geht gar nicht darum deine Persönlichkeit zu verändern es geht darum sie zu entdecken also es geht wirklich darum halt zu gucken wer also was ist deine Essenz so die Essenz die damals auf die Welt gekommen ist vor den Konditionierungen wer bist du dann quasi was ist deine Essenz Jill meine Essenz das ist super schwierig das jetzt in paar Worte zu fassen Julian ehrlich gesagt sorry dass ich Fragen stelle ist nur mein Job du hättest vielleicht mich fragen können was mein Lebenssinn ist es ist auch so manifestierender Generator Ding dass du mir jetzt sagst was ich fragen soll was ist dein Lebenssinn Jill mein Lebenssinn ist es Menschen aus ihrem Käfig Käfig raus zu bringen um es ganz einfach zu fassen also der Lebenssinn der in deinem Human Design steht sagt nicht du wirst Tänzerin oder du wirst Fotografin oder irgendwas ja sondern es ist was ist sozusagen diese Energie die du mitbringst was ist das was du bewirkst ja und wenn ich mir so angucke was ich ja also gerade was ich halt im künstlerischen Bereich gemacht habe war es damals auch schon immer so ich möchte die Menschen gerne aufrütteln ich möchte sie zum Denken anregen das war schon immer das Ziel nur dass es halt wie gesagt in meinen 20ern ging es sehr viel darum um mich selber zu verwirklichen und jetzt sozusagen durch diese ganze Arbeit geht es eigentlich gar nicht mehr um mich sondern es geht einfach darum anderen Menschen ein Leuchtturm für andere Menschen zu sein das heißt der höhere Sinn und die Befriedigung sage ich jetzt mal die du aus dem ganzen ziehst ist natürlich ist es ein Job ein Job ein Job muss bezahlt werden aber der übergeordnete Grund ist dass du Menschen helfen möchtest weil dir Human Design geholfen hat dir selbst zu helfen und dich selbst zu entdecken wie wichtig hältst du diese Selbstentdeckung für unsere heutige Gesellschaft ich halte sie für extrem wichtig weil ich bin der Meinung dass ein Großteil der Menschheit ihr Design auf jeden Fall nicht lebt sonst würden wir alle in einer Welt leben wo jeder glücklich wäre und glücklich rumlaufen würde und mit dem zufrieden ist was er macht und eine erfüllte Partnerschaft führen und das ist aber nicht so erfüllte Partnerschaft hast du gerade gesagt Human Design du machst ja auch Paarcoaching richtig Human Design und Paarcoaching bedeutet das auch dass wenn du bestimmte Energietypen miteinander passt du auch checken kannst sind die überhaupt kompatibel miteinander ja und nein also ja es gibt klar gibt es ein Tool wo du gucken kannst okay wie kompatibel sind die beiden Personen jetzt das Ding ist aber immer wenn du jetzt dein Design lebst und ich mein Design aber gar nicht lebe dann bringt diese Kompatibilität uns gar nichts also das gerade auch in der Partnerschaft ist es super wichtig dass wenn beide sich dazu jetzt irgendwie entscheiden okay wir wollen da eine Arbeit machen dass dann auch wirklich beide da diese Arbeit auch machen also es reicht halt eben nicht wenn nur eine Person diese Arbeit macht genau und ja also ich habe mich halt auf Partnerschaften spezialisiert weil natürlich muss ich auch noch kurz dazu sagen also jeder der mit Human Design anfängt fängt erstmal mit sich selber an und hat dann wahrscheinlich schon mal eine Weile damit zu tun und der nächste Schritt ist natürlich also ich meine dass sich selber natürlich auch besser zu verstehen ist das eine aber am Ende des Tages bringt es dir dann ja auch wirklich erst was wenn du dann auch in der Lage bist andere Menschen besser zu verstehen oder dass sie dich besser verstehen das heißt das ist sozusagen dann dieses Tool wo Human Design eben weiter geht also weiter geht also Human Design hilft in Sachen auch Business technisch ja also ich kann mir vorstellen dass Human Design irgendwann in wie sagt man das Personal Anstellung ja in Personal Anstellung vielleicht helfen zu entscheiden ob du jemanden nimmst der eigenständig arbeiten kann genau also dass du da nach Energietyp zum Beispiel guckst wen stelle ich hier ein also ich meine ich wüsste jetzt auch schon direkt was ich für Leute einstellen würde und welche nicht oder wer deine Kunden werden oder vielleicht das wichtig das würde ich jetzt nicht sagen da wo es halt zum Beispiel auch super interessant ist so Thema Eltern und Kinder gerade ja also gerade für Eltern eben die halt auch versuchen natürlich ihre Kinder also die da sage ich mal an Punkt kommen wo sie sagen so ich weiß jetzt hier gerade nicht was ich machen soll oder ich komme jetzt irgendwie nicht weiter oder sie verstehen vielleicht ein Verhalten vom Kind überhaupt nicht ja dann hilft zum Beispiel Human Design an der Stelle auch sehr viel also wie gesagt so Bereiche Partnerschaft Business Elternschaft und Gesundheit das sind so die vier großen Sachen wo Human Design hingeht okay ich habe zwei Fragen habe ich noch die erste ist ein bisschen allgemein gefasst die erste Frage ist was denkst du wie ich meine du hast vorhin schon gesagt was wäre wenn alle in dem Design leben würden trotzdem frage ich die Frage nochmal noch mal ein bisschen anders wie würde es die Welt verändern wenn Human Design mehr in der Gesellschaft ankommen würde mehr Leute sich mit ihrem True Self auseinandersetzen würden ja was würde das für unsere Gesellschaft bedeuten außer dass alle glücklich sind und wir wahrscheinlich Frieden hätten dazu muss ich jetzt nochmal was anderes sagen also wir befinden uns aktuell auch in so einer Umbruchsphase also gerade energetisch und das sieht man ja aktuell auch sehr stark im Außen und es gibt halt wie gesagt diese neueren Energietypen wie die halt eben der Projekte und der Reflektor die halt dazu da sind sozusagen uns dabei zu helfen in diese neue Welt sozusagen einzutreten also wir werden mehr und mehr also die Welt geht mehr und mehr in eine Richtung wo halt wo es um Emotionen geht und wo es darum geht die Dinge auf physischer und emotionaler Ebene zu spüren und nicht mehr dieses Verbale so und ja also wie gesagt also ich meine ich kann es nur jedem empfehlen da mal reinzuschauen da mal reinzuschauen und das für sich selber zu nutzen also wie gesagt sonst ja würde ich das wahrscheinlich gar nicht machen wenn ich nicht so daran glauben würde ja also ich kann halt nur sehen was es für mich gemacht hat ich weiß was es für andere Menschen gemacht hat und ich hatte bis jetzt noch niemand der also ich hatte noch nie ein Gespräch ja auch mit deinen Freunden hier die Skeptiker waren ähm gab es tatsächlich noch niemand der nichts damit anfangen konnte und oder der gesagt hat so hör nee ist das denn für einen Schwachsinn oder Blödsinn oder was auch immer und wie gesagt so manche manche Menschen sind halt vielleicht auch einfach noch nicht bereit so bei mir ist es ja auch erst dann und dann eingetreten und das hat auch seinen Grund und das kannst du nicht erzwingen und das würde mich zu meiner letzten Frage führen natürlich also einem Skeptiker oder jemanden der Dinge verneint und komplett ablockt und so weiter mit dem brauchst du dich sowieso nicht unterhalten aber für die Leute die hellhörig geworden sind was Human Design ist ähm oder wer sie selbst eigentlich sind was würdest du denen auf den Weg geben wollen ähm mal abgesehen davon einen Coaching bei dir zu buchen ähm was würdest du denn gern auf den Weg geben wollen um ja ihre persönliche Reise zu beginnen ähm also natürlich ich muss erst mal eine gewisse Offenheit da sein und auch eine Bereitschaft ja und das ist halt so ein Punkt der kommt irgendwann oder halt eben nicht das ist so wie meine Mutter mir immer gesagt hat so mit dem Kinder bekommen wollen sie meinte immer so entweder du fühlst es irgendwann oder es ist halt ein Gefühl das kommt irgendwann ich glaube wenn es um diese persönliche Reise geht oder eine spirituelle Reise ist es halt es kommt irgendwann weißt du du kannst es nicht ähm erzwingen so und ähm deshalb kann ich jetzt auch nicht zu jemandem sagen so ja fang das jetzt an weil vielleicht ist jetzt gerade noch nicht deine Zeit und gerade wenn es dich nicht anspricht äh anspricht ist es nicht deine Zeit und eine Person die nicht bereit ist kann auch mit diesem Wissen wahrscheinlich nicht viel anfangen ja weil es geht ja darum es geht nicht nur darum ähm dieses Wissen zu haben und dann mit diesem Wissen im Kopf irgendwie rumzulaufen sondern es geht darum es zu leben es zu verkörpern es zu integrieren und das ist natürlich das ist eine Arbeit und das ist eine Arbeit wo du bereit sein musst diese auch zu machen und du musst bereit dafür sein dass es die härteste Arbeit deines Lebens wird denn die Arbeit mit dir selbst es gibt nichts härteres auf diesem Planeten ja und sie geht immer weiter Babygirl vielen vielen Dank für dieses ähm sehr sehr äh geile offene Gespräch ähm danke dass du dich heute mit mir hingesetzt hast dass du ähm mich dazu überredet wollte ich gerade sagen dass du äh dass das äh ja wir zu dem Punkt gekommen sind dass wir gesagt haben so ey komm scheiß drauf wir machen das jetzt ähm weil ich natürlich halt auch als dein Partner deine Thematik übertrieben interessant finde vor allem weil ich aus der Ecke komme die an sowas gar nicht glaubt und sich dann sowas das erste Mal angehört hat und gedacht hat so ja wow genauso wie meine Ecke und meine meine Freunde halt auch ähm und gerne und natürlich halt auch diese persönliche Sache und so weiter ne wer bin ich wer ist meine Partnerin und dann gehen wir öffentlich äh online damit ähm ähm aber am Ende des Tages geht es hier um Geschichten und es geht darum ein Licht für Menschen zu sein ne du mit deinem Coaching dass du Menschen hilfst auf den geraden Pfad zu kommen ähm ich unter anderem mit dem Podcast um mit Leuten wie dir oder mit den anderen Menschen ähm mit denen ich jetzt schon Talks gemacht habe zu sprechen und Lehren zu ziehen zu lernen zu verstehen ähm zu bemerken dass es da draußen noch was anderes gibt oder dass es da draußen Leute gibt die genau die gleichen Scheiß Struggles haben wie ich und aus irgendeinem bestimmten Grund trotzdem ihren Weg gefunden haben und nicht aufgegeben haben ähm und ähm damit würde ich den Podcast sehr gerne beenden ich küsse dein Herz mein Schatz ähm bitte alle Juniquely folgen auf Instagram wir verlinken es hier auf jeden Fall gleich nochmal unter dem Video ähm abonniert den Evolution Channel abonniert mich gerne auch auf Instagram und vielen Dank fürs Reinschauen teilen liken kommentieren was das Zeug geht das letzte Wort überlasse ich trotzdem dir möchtest du noch was sagen danke dass ich hier dein sein durfte gerne bis zum nächsten Mal Leute ciao ciao